Ja, hi Leute, ich bin zwar wieder Hofeinander 15 und ich habe hier meine Tausch-Bundesliga-Chips. Einmal Pezzos, dann Kapitän Heiko Butcher, Lorenzo Davic, dann Michael Ballack und Thomas Hittisberger. Ja, auf jeden Fall tausche ich sie gegen Match-Tags von der Premier League oder auch von der Bundesliga. Und ja, wer die 5 Chips braucht, der soll sich wieder wenden. Und ja, das war's Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.